guten tag und willkommen zu diesem video von gettrip fallout zocken wir heute mal wieder und sicherlich fragt ihr euch was erwartet euch heute ich hätte mir gedacht das minute man fort würde ich gerne überrennen also da diese waffenkammer öffnen da habe ich nämlich jetzt abgebrochen denn leute mein leben lang habe ich nach dem gebiet gesucht jetzt bin ich hier das ist so scheiße lebensgefährlich hier wir befinden uns in so einem nebel zeug das ist so ziemlich die hölle das befindet sich auf der map hier unten das habe ich nämlich schon immer gesucht weil ich immer dahin wollte und jetzt habe ich gefunden hier sind so riesen todes krallen und alles richtig kranke scheiße aber es macht eine menge spaß durch so ist es nicht wir kriegen natürlich auch dauerhaft red bestrahlung wir haben gar nichts zu tun ich habe mal den let's play gesehen dass sie irgendwo eine stadt ist mit leuten die komischerweise hier überleben red x wirklich mehr toll es kriegt zwei stadt einem red ich war mal kurz schnell speicher gerade ist es recht friedlich ich habe nämlich schon viele todes krallen und vor allem skorpione getötet bestimmt schon so 20 an der zahl er so ich schaue mal wie viel gewicht wir haben fast voll das ist natürlich nicht so nah ist aber wir werden jetzt trotzdem mal somit mit minuten man fest umgehen so wo ist es die burg ist es genau zack ich habe vielleicht noch ein bisschen schrott dabei das wäre ganz schön dass ich den es noch schnell verschrotten kann denn drei freie gewicht gewicht gewichtseinheiten sind nicht so der shit ja der ist auch krass wenn du einen nahkampf angriff aktiv blockst kann der angreifer zurückgeworfen werden sodass sein angriff keinen schaden verursacht das ist ja richtig geil das wollte ich schon immer haben so hier haben wir letztens die festung fried blutkäfersteak okay sonst nichts verlassen hier machen wir jetzt gleich an der quest weiter gehen wir noch mal auf unseren schrott ja geil das ist alles nicht so gut naja paar 0 kann man sonst noch was konnte ich mir sparen aber sonst auch nichts ich aktiviere mal schnell die quest daten alte waffen so da soll ich hier hingehen und was soll ich jetzt machen hey zu der frau soll ich jetzt hingehen ach ich soll den die machen sich schon ein bisschen zu einfach runtergelaufen burgtunnel okay das zeichen ist geil ist es das zeichen von den minute man so erstmal quick save oh hier ist es heiß hier explodiert ist gleich was kanonenkugeln zement sagt die kanonenkugeln sollten nicht beim schrott sein oder nein munition kanonenkugeln wo ist es kanonenkugeln ja dann snack ich mir jetzt hier unten die kanonenkugeln die kanonenkugeln so und die zementsnäcke hole ich die zementssäcke snack ich ja geil geht nicht richtig cool ähm ein anschlag auf mein leben wo kommt man hier rein ja ich hole mir jetzt erstmal ein bisschen red eggs und dann snack ich mir ein simpack so f5 die hätte ich jetzt auch entschärfen können aber braucht ja keiner was lagert hier laser muskete fleisch und bohnen lötlampe fusionszell kann man immer bebrauchen so ein fusionskern der ist praktisch hier ist ein kleines labo vor ja genau wie soll ich jetzt da hinkommen oh nein leu wie schnell ist der denn bitte scheiße du grüne neuner ich bin kaputt aufschreiben was das uff vor mir uff 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 ich bin weapons for me das ll Verdammt, ist so lange her. Vereint stehen wir. Danke. Ja, das war's. Sicherheitsterminal. Blutbefleckt. Sicherheitstürsteuerung. Tür schließen. Achso, das ist gerade vom anderen Eck aus. Hier sind Flaschen, die ich nicht brauche. Und hier ist General McCain. McGann. Generalzut, Generaluniform. Ja, jetzt tragen sie mich hier jetzt. Och, geil. Das erklärt die ganzen Minden. Das ist... Wow, General McCann. Er hatte deinen Job, als ich damals beigetreten bin. Muss hier unten festgesessen haben, als die Meeresbiester die Burg angegriffen haben. Aber immerhin... Ja, ja, ja. Reden wir weiter. Special. Wo ist jetzt die geile Waffenkammer? Wehe, da komme ich jetzt nicht rein. F5. Ja! Fat Man. Die Mini-Atombombe oben drauf hätte ich können. Laser-Muskete und Mini-Atombombe. Das ist eine Monie. Brennstoff. Ausgezeichnet. Die Waffenkammer ist noch intakt. Hier finden wir alles, was wir brauchen. Und das Sahnehäubchen? Baupläne für Artillerie. Wo sind die Baupläne? Wo sind die Baupläne? Artillerie-Nachschub. Hier. Waffenwerkbank. Klebeband. Laser-Musketen. Tuning. Stealth-Boys. Der Loot ist schon ganz nice. Was ist das? Eine Plasmamine. Die ein bisschen versteckt ist. Aber von mir kann man gar nichts geheim halten. So. Leuchtfackeln. Artillerie. Rauchgranate. Können Sie auch mal snacken. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal die ganzen Mods. und tunen damit eine von diesen Laser-Musketen. Wo gibt's noch Mods? Und dann können wir mit der Frau da drüben flirren. Er wird zuerst die Pflicht gebündelt nehmen. Ja. Zack. Mehr Mods gibt's nicht. Nein. Nein. Okay, dann geh ich jetzt an die Waffenwerkbank. Ich denke, es lohnt sich das zu bauen. Was auch immer es ist. Da bin ich ja auch der Auffassung. So. Mod anbringen. Yeah. Mod anbringen muss da auch mal stehen. Okay, hier gibt's keinen Mod. Bauen. Mod anbringen. Hier gibt's da keinen Mod zum Anbringen. Dann tune ich's halt so hoch. Erweitert kurzer Lauf. Alles nicht möglich. So, Stufe 4 Kondensator. Fair. Das war jetzt schon alles, was ich hochmodden konnte. Dann benenn' ich es um in A. Generalsmuskede. Denn genau als das werde ich sie nutzen. Als Generalsmuskede. Wenn ich da, wenn ich ein bisschen Bock auf Roleplay hab. Und mit dem Generalszeug rumlaufe. Hallo. Artillerie. Artillerie? Große, dicke Kanonen. Kilometer weit entfernte Gegner wegpusten. Klingelt's da? Ja. 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 Scheint als hättest du alles, was wir brauchen. Sobald du die Artillerie gebaut hast, machen wir ein paar Probeschüsse, um sie zu kalibrieren. Um sie zu kalibrieren, jojo. Spezial gibt's jetzt als neues Artillerie-Teil. Habe ich dreimal. Ach, das sind Lasergeschütztürme. Oh. Das sind auch Artillerie-Bauteile, hab ich gedacht. Hm. Ach, das ist Artillerie-Nachschub. Dann nutze ich jetzt einfach mal die drei Teile, die ich schon hab. Und befestige sie in meiner Burg. Ich glaube, ich stelle sie oben auf die Mauern. Das macht mir am meisten Sinn. Hopp. Jetzt bin ich wieder überladen von der ganzen Scheiße hier. Hopp. Spring. Super. Ach, da ist sogar extra Platz dafür. Ja, hopp. Dann hau ich das grad da rein. Lass dich doch da hinstellen. Nicht so. Jetzt steht's richtig, oder? Ja. Ja, so steht's auf dem Boden. Okay, dann mach's grad da rein. Ja. Das scheint die zerstörte Artillerie zu sein. Ja, davon kann ich jetzt neue Artillerie bauen. Ich hab sogar jetzt eine mehr bekommen. So, dann können wir, glaube ich, dank dieser zerstörten Artillerie in jede dieser Ecken da eine reinstellen. Zack. Und dahin auch noch. Die Animation von der Artillerie ist sehr schön. Ja. Ja. Das Modeling. Genügend Artillerie gebaut. Escape. Das ist annoying, hier so rumrennen zu müssen. Ich glaube, ich lege was ab. Ach, die Rauchgranaten wiegen. 0,5. Das, damit sollen wir scheinbar testen. Ja, was soll ich jetzt nicht machen? Puh, jetzt reicht's doch mal. Daten. Platzier Artillerie auf der Burg und weise jemanden zur Bedienung zu. Ach, das ist ja noch besser. Achso, es wurden sogar Leute extra gespawnt. Hergeschaut. Du Minuteman. Darfst mir nun dienen. Zuweisen. Abgeschlossen. Sprich mit Rowling Sauer. Pst. Ich bin der General, aber ich muss die ganze Zeit zu den Kerlen dahin rennen und denen helfen. Das ist ja gedauksinn. Jetzt rege. Regenerate. Jetzt leuchtet die vor mir weg, die blöde Schlampe, die wird dekadiert. Mann, Mann, tut echt gut, hier wieder Artillerie zu sehen. Okay, es gibt nur einen Haken. Große Kanonen können nicht auf nahe Ziele schießen, aber ihre Reichweite ist beeindruckend. Deshalb haben wir die Rauchgranaten mitgenommen. Wirf eine der Granaten auf die bösen Jungs. Wenn wir Artillerie in Reichweite haben, bestätigen wir über Funk und feuern auf das mit Rauch markierte Ziel. Aber zuerst sollten wir ein paar Probeschüsse machen, damit wir später auch das treffen, was wir anvisiert haben. Siehst du, das kleine Gebäude da drüben? Das nehmen wir als Zielpunkt. Stell dein Funkgerät auf die Frequenz von Radio Freedom ein, damit wir bestätigen können, dass wir bereit sind. Radio Freedom. So, da muss ich jetzt rüberlaufen, oder wie? Ach, das Gebäude da. Ich dachte schon. Laufen wir schneller. So, ich bestätige. Ob schießt in meine Richtung. Was muss ich jetzt machen? Wahrscheinlich die Grenade-Inventar. Rauchgranate. Keine Nix schaden. Wirf eine Rauchgranate ins Zielgebiet. So, jetzt muss ich weggehen. Steigt hier da auch auch da. Oh, jetzt schießt halt. Können sie jetzt mal loslegen hier. Jetzt haben sie geschossen. Oh. Oho. Oh. Ich will näher ran. Oh. Das ist mal nicht mit ihrem Geschieß übertreiben. Das Haus ist immer noch nicht kaputt. Hopp. Schießt ins Haus rein. Hopp. Da sind die Grenades. Draufschießen sollt ihr. Ich frage es gleich aus. Ich knallse alle ab. Okay, Leute. Wir nehmen schon wieder viel zu lange auf. Wie immer. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. War jetzt nicht der spektakulärste. Ich hoffe, nächste Folge wird es ein bisschen aufregen. Dann sehen wir uns am nächsten Triple Thursday oder Fall Friday. Bis dahin. Ciao.